Hallo, da bin ich wieder. Heute stehe ich in Köln, am Sürzbückel, auf der Luxemburger Straße 329, an unserem Porzellanstor in Köln. Und ich möchte Sie jetzt in das Innere unseres Porzellanstors in Köln entführen. Herzlich Willkommen im Werksverkauf von Holzporzellan. 4.000 Artikel und Ideen in weißem Porzellan finden Sie nicht nur auf unserer Homepage, sondern Sie finden eine ganz große Anzahl davon auch hier in unserem Porzellanstor, den wir für unser Fachpublikum ein bisschen logistisch aufgebaut haben. Hier geht es mit vielen witzigen und guten Ideen zum Thema Fun and Function. Geht es los, hier ist unsere Snackline-Kollektion, geht über unsere Fußball-Kollektion hier in die Abteilung Eis und Suppe. Von der Suppe aus führe ich Sie zu den Schalen, zu den Kombinationsschalen. Hier geht es dann in dem Bereich Büffeschalen, Präsentationsschalen bis zu unseren riesengroßen 50 cm Vital-Level-Bulls, die es, glaube ich, nur bei uns in dieser Größe gibt. Dann geht es hier weiter in unserer Abteilung Teller und Platten. Wir führen natürlich die klassischen Porzellan-Qualitäten, Hartporzellan, sowie seit 2017, neu in der Kollektion, ist unsere High-Aluminascherbe. Das ist ein speziell verstärktes Porzellan, das ist unglaublich strapazierfähig für den gewerblichen Gastgeber. Natürlich haben wir nicht nur runde Teller, sondern wir haben auch ein wirklich ausgebautes Sortiment an rechteckigen und quadratischen Tellern und Platten, die Sie sowohl für den Tisch- und Servicebereich nutzen können, als natürlich auf dem Buffet. Da machen solche Mosaics richtig Sinn und sehen auch verdammt gut aus. Platten für die Gastronomie ist ein unglaublich wichtiges Thema, nicht nur zum Servieren, sondern auch zum Einsetzen. Für das Buffet und da finden Sie bei uns eine große Kollektion, nicht nur an Größen. Wir haben flache Platten, wir haben tiefe Platten, wir haben halbtiefe Platten, wir haben eckige Platten, wir haben runde Platten, wir haben Pizzateller. Wir können Ihnen im Bereich der Faktteile da wirklich etwas bieten. Im Bereich der Backformen bieten wir Ihnen hier alle klassischen Designs, Größen und Formen. Wir haben nicht nur die typische Toskana für die Gastronomie im Oval, sondern wir haben auch rechteckige, wir haben quadratische Formen, wir haben glatte, sowie die original mediterrane Keramik, die vor allen Dingen von den spanischen und portugiesischen Gastronomen sehr nachgefragt wird. Und wenn Sie jetzt gedacht haben, dass hier viel Porzellan zur Verfügung steht, dann haben Sie noch keinen Blick hinter diese Tür geworfen. Normalerweise, das sehen Sie, ist hier kein Zutritt für Kunden, aber für Sie machen wir jetzt mal die Tür auf und zeigen Ihnen ein bisschen Holz-Porzellan-Story-Köln-Backstage. Denn da steht nochmal so viel Porzellan. Hier sehen Sie, dass wir die klassischen Artikel Teller, Tassen in so riesen Mengen bevorraten, dass Sie hier auch gut und gerne mal 200, 300 Teller und Tassen mitnehmen können. Schauen Sie sich mal um. Espressotassen, Cappuccinotassen, 72 Stück, 144 Stück, 366 Stück. Kein Problem, können Sie hier aus unserem Store in Köln direkt mitnehmen. Und selbst damit ist es noch nicht getan. Wir haben hier noch weitere 1, 2, 3, 4, 5 Lageräume, in denen wir für unsere Gastronomie-Kunden die Ware in einer ausreichenden Menge bevorraten. Und natürlich haben wir auch einen separaten Bereich, wo wir abgeschieden vom normalen Ladengeschäft mit Ihnen und für Sie eine entsprechende Porzellan-Beratung vornehmen können. Sei es über ein Produkt, sei es für individualisiertes Porzellan mit Vignetten. Hier können wir uns in Ruhe unterhalten und in Ruhe das herausfinden und auch preislich analysieren, was für Sie das Richtige ist. Ein Besuch in unserem Porzellan-Store lohnt sich aber nicht nur wegen der Vielfalt und wegen dieses Riesenangebotes. Wir haben auch immer wieder ganz neue Aktionen, super Preise, Schnäppchen, vor allem hier hinten in unserer Aktionsecke. Das macht Spaß, denn da lacht auch Ihr Geldbeutel und es lohnt sich immer wieder hier mal reinzuschauen, um einfach mal zu gucken, was gibt es im Moment im Angebot. Ich freue mich, dass Sie hier gewesen sind. Ich freue mich, dass ich Ihnen dieses Geschäft zeigen durfte. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen in Köln-Kleppenberg. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020